Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Mobile Game und zwar Burger, The Tasty Burger Game. Wir gehen direkt auf Spielen. So und wir gehen in den Karrieremodus. Und fangen nochmal beim Motor ran. So, Training. Im Grunde muss man dann, was oben rechts ist, zusammenbauen. Ketchup. Ich hätte es lieber andersrum gehabt. Das ist eigentlich nur ein Reaktionsspiel, in dem man dann passend auf die Dinger hier drücken muss. Boah, da hat es aber ein dicker Burger jetzt mit Salat drauf. Und noch einen. Ketchup diesmal unten, Salatfleisch, Deckel drauf. Oh, zweimal Salat. Voll der Vegetarier hier. Vor allen Dingen voll der Vegetarier, also mit Fleisch trotzdem drauf. Okay, das ist ja Doppelfleisch. Das ist ja ähnlich wie ein McDonalds-Ding, wo man seinen eigenen Burger bauen konnte. 70 Punkte, fertig. Ja, okay, 70 habe ich. Fortsetzen, yeah. Tag 1, Ziel 100. Das ist natürlich geil, wenn der nicht erkannt wird hier. Das ist ja lecker. Ketchup. Ketchup. Burger. Burger. Noch mehr Fleisch, Deckel drauf. Und ihr müsstet eigentlich nur gegen die Zeit da oben arbeiten. Hier noch Ketchup, noch einen Deckel drauf. Das ist aber locker zu schaffen noch. War bestimmt voll trocken so. So, und jetzt arbeitet man eigentlich nur noch für seine eigene Tasche. Man hat die Kosten raus von 100. Hui. Oh, oh. Nein, den hätte ich noch schaffen sollen. Laden, Schluss. Yeah, fortsetzen. Warte, wir gehen einmal zurück. Und gehen direkt in den Donnerstag rein. Tag 3, Ziel 100. Also, wie man gesehen hat, kommen dann zwischendurch, genau, Pommes noch dabei. Und nachher auch noch Getränke. Wenn man die komplette Bestellung hier hat. No. Man drückt drauf, aber das reagiert dann nicht. Das war die geilste Ausrede überhaupt, aber das war so. Und Ketchup. Oh, das ist auch ein Vegetarierbrötchen. Das auch. So, Soll habe ich erfüllt. Vegetarier mit Ketchup. Und Pommes. Bam. So, mehr kriege ich nicht hin. Aber war ja schon nicht schlecht. Ladenschluss. Fortsetzen. Ah, man sieht, Nachtisch kommt auch noch dazu. Pommes. Ein Burger, bitte. Das ist sogar, glaube ich, ein normaler Burger. Salat unten. Ketchup obendrauf. Natürlich nicht das McDonald's-Standard-Ding. Trockene Fleischscheibe, Zwiebeln mit Ketchup dabei und fertig. Ah, ne, und ne Gurke, ganz vergessen. So, jetzt haben wir schon die 100. 120. Den schaffen wir noch. Ketchup, Salat, Fleisch, Deckel drauf. Oh, diese Hektikmacher, ne? Jawolle. Nein. Den hätte ich auch noch schaffen können. Yeah. Tag 5, ich gehe nochmal zurück. Verlassen. Okay, gegen die Zeit und den Burger-Creator. Ah, guck mal, so sieht's dann nachher aus. Ding. Also, immer nehme. Matsch. Man Salat. Bar. Auch höher geht gar nicht. Ding. Das ist doch mein Gericht. Oh nein, falscher Knopf. Ich wollte nur ins Titelmenü rein. So, das war dann Burger Game. The tasty Burger Game war's. Und wer da Bock drauf hatte, auf dieses Reaktionsspiel, kann sich's runterladen. Ist gratis. Und ansonsten bis zum nächsten Spiel. Tschööö. Bis zum nächsten Mal.